Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier einen John Deere 6R Series. Der gute kommt hier in der Version 1.0.0.1 daher und hat eine Größe von 21 Megabyte. Ja so sieht er aus. 280 PS Standard hier, 470 Liter Sprit an Bord und 50 kmh kann er wohl laufen. Dann gucken wir mal, was wir noch so einstellen können. Reifenersteller wäre möglich mit Trelleborg, Michelin, Kontinental, Mithas, BKT, Fredestein, Lockentires und Trelleborg. Trelleborg mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Zwingungsbereifen hinten, Zwingungsbereifen hinten und vorne, Standard. Michelin mit Standardreifen, mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Zwingungsbereifen hinten, Zwingungsbereifen vorne. Standard. Kunidental, mit Standardreifen, mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten. Nein, Breitreifen, 2. Breitreifen, Gewichte 2, Zwingungsbereifung hinten, Zwingungsbereifung hinten und vorne, Standard. Mithas, Standard, Standard, mit Radgewichten und Breitreifen, Breitreifen mit Gewichte, Zwingensbereifen hinten, Zwingensbereifen hinten und vorne, Standard. PKT mit Standard, Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichte, Zwingensbereifen hinten, Zwingensbereifen hinten und vorne, Standard. Fredestahl mit Standard, mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Breitreifen 2, Breitreifen und Gewichte 2, Zwingensbereifen hinten, Zwingensbereifen hinten und vorne und Standard. So, Login Tires mit Standard, mit Breitreifen, Kommunalreifen, Standard. So, hier diesen Grill, ja, Grill schreiben die hier, Grit schreiben die hier in Grün oder in Schwarz. Da könnt ihr praktisch variieren, hier unten und hier oben. Hier ist halt Humboldt, von der Farbe her. Frontlader, gibt es denn schon hier Frontlader, ja oder nein? Und dann passt aber auch Quick hier hin, ne? Wohlausführung 280, 300 und wieder die 280. Hauptfarbe könnt ihr noch in dem Schwarz auswählen, dann sieht das Ding so aus, ne? Und dann können wir hier noch die Felgenfarbe auswählen. Da habt ihr dann ein bisschen mehr Möglichkeiten hier was zu machen. So, ich habe natürlich schon einen gekauft, hier steht der Gute schon mal. Na, so sieht er aus. So, ich würde sagen, hüpfen wir mal rein. Wenn ihr eingestiegen seid, kommt Lenkrad euch entgegen. Ähm, ihr könnt mit der Taste X, zumindest bei mir, den Traktor aufklappen. Das heißt, hier die Fahrertüre öffnen und schließen, ne? Allerdings ohne Ton. Hupe, Standard, machen wir das mal weg. Motor an. Ne? So, hört sich das zumindest an. So, würde ich sagen, machen wir hier schon mal ein bisschen an. Skuppeln. So, funktioniert soweit. Passt soweit auch ran, genau. Belastungssound ist auch gegeben, auch da. Und ihr seht hier, das Männchen, der Joystick ist animiert. Schreibt der Motor auch, Fußarbeit ist vorhanden. Zumindest beim Einfuß hier. Und ich sage, die Guike passt hier auch hin. Guike, wie es immer heißt, ja, sie ist halt ein bisschen zu klein. Wird ja aber durchaus funktionieren hier. Grunde umleuchten, die funktionieren auch. Ja, hier, der funktioniert auch. Genau. Gut. Grunde umleuchten, die funktionieren auch. So, Spiegel funktionieren. Ja, die beiden. Und der Kleinen hier oben auch. So, das Display hier ist, äh, ja gut, animiert oder nicht terminiert, sehe ich jetzt gerade so nicht. Genau. Ja. So sieht er, wie gesagt, aus. Gut. So, Blockdatei, ihr seid selber hier. Da ist alles in Ordnung. Und ich sage, gehen wir mal kurz noch in die Nacht rein. Na, so. Einmal Licht, ne, hier, so. Zweimal Licht hier. Dreimal Licht hier vorne. Viermal hier wieder alles aus. Hier drin geht auch so gut wie alles an hier. Na, ein Schalterchen und so. So, das funktioniert soweit. Blinker, hört man's. Genau. Die andere Seite. Warnblinker funktionieren auch. Und hinten genau das gleiche. Die eine Seite. Und die andere Seite funktioniert auch. So. Wenn ihr ihn haben wollt, wie immer, Link ist in der Wiederbeschreibung verlinkt. Da könnt ihr ihn dann runterladen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß damit. Und bis zum nächsten Mal auf dem Kanal. Ciao. Ciao.